Ich sag ja, ich bin in einem Mist-Cross-Rate 36% wieder was? Oder kommt es auch wegen mehr Spielern? Nee Kann gar nicht wegen mehr Spielern passieren Zumindest, wir hatten ja nicht das Problem, das ist so Der Rahmen so hoch Ah, kann doch vielleicht sein, dass es wieder zu lange lief und einmal ne Pause gefiltert, ja Kill me Warum? Kill me Was ist denn? You kick your own Lava-Eimer, bitte töte mich Warum soll ich dich töten? Weil ich den Spritzen-Effekt über Crumble Warum? Weil ich was ausprobieren will Okay Kann Brustkeller-Lava platzieren, hab ich schon versucht Warum kann ich dich nicht töten? Weil ich Fire Resistance habe Boah, wahrscheinlich Ja, du musst mich nur schlagen Oh ja, oh ja Warum? Warum? Lol Liegen da grad mal in ganzen Sachen? Im Sinn von Lol Lol Lol, ich bin zurück Vielleicht, vielleicht wieder zu dir Achso, nein, nein Was denn? Ich hab meine Sachen wieder Welche sind hier? Hm? Also, grab meine ganzen Sachen auf Boah Centos, ich hab meine Sachen wieder Ja Jupp Was ist das denn? Lol Lol Und die ähm Deskontakt geht nicht mehr Ähm Ach Ja, ich weiß auch warum Warum warst du ein Befehl? Nö Ob sie gar nicht mit drauf gemacht Wie, gar nicht Die Tode sind noch nicht mal gesaved Die hat doch neu gemacht, klapp weil da Ja, jetzt ist es auch egal, find ich Ja, egal Ich hab mir grad schon gewonnen Ich bin mir trage irgendwie nicht Aber es kann nicht sein Da kann das Das und das nicht Hast du komplett all deine Sachen jetzt wieder, oder was? Ja, alles was man im Knapsack war Auch in dem ersten, oder wie? Nein Okay Wahrscheinlich hat das nur so ein bisschen rumgebackt, kann das sein? Ich hab, äh, auch auf Ihr Dingens geguckt, aber nichts Ich hab's auch Zwischendurch ist es ja Wenn du in deiner Hand was, wenn du was gecraftet hast und so hart leckt, dass es Alles weg ist Musst du mal aus deinem Hotbar alles mit Shift-Lick hochziehen Okay Ja, manchmal pack das so weg Und dann, wenn du dann irgendwie was drin packst, dann ist es wieder da Und dann ist es wieder weg So ne Probleme hab ich das jetzt nicht gehabt Ja, manchmal passiert sowas, du Ist wieder da und Friede, Freude Freude, Freude Alles was du da drin hattest, ist wieder da, ne? Eeeey 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 Hellsteel-Ext Find ich immer noch am geilsten Mein Mimmi-Shirt Ah, die, die Orbs Äh, ja, die Blood-Orbs Ja Hab ich wieder da, dazu Rück Meine Zwift hat schon bezahlt Ich hab ein Schwertkarton in Schale, bevor ich mich verrecken lassen, sterben lassen hab Unbreaking 3 Äh, sterben gelassen hast? Ja, sterb das Gott, hast du mir die Erlaubnis gegeben, so zu sprechen, okay? Nein Boah, das tut mir richtig weh, alter Was denn? Solche Leute, Leute, die sowas sagen Was denn? Gott, Gott hat mir geholfen Auch bei dir grad Töte Deutsch hat dir auch geholfen Deutsch haben Töte dir Hm Deutsch haben Töte dir Oh, wisst ihr was ich hasse? Tausend von diesen Cobblestones zu bauen Wenn schon dann gleich richtig, oder nicht? Ist so, wenn schon denn schon Wien schon dien schon Oha, nein Oha, nein Knack gemacht Oho Ich bin nie wieder trainieren Oho Eiger Sack Ja, ich bin voll alt, ey Oh, vielleicht, ich weiß, was ich mache Was wir, also, was wir machen können Was? Wir kombinieren Dich mit mich? Ähm Nee Mh Mh Man steht da vor die Missgeburt Mh 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 Wir machen einfach Du hast ja da Sharpness 3 und du finde reichwert, ne? Mh 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 Meine Ahnung Zum Knall Ey, die sind beide nicht angeschlagen Warum fragst du ihn noch? Ja, okay, mach Mach ruhig Mach ruhig Warum fragst du eigentlich, ob die einen Knall hat? Weißt du doch Oh, ja Was ist das Schwert, hey? Unten im Keller In die Keller Ach da, ich hab sie Ähm, wir brauchen einmal einen Vierer Und dann machen wir mal Ja Ähm Machen wir das so Ja, das sieht ein bisschen blöd aus Ja Sieht ein bisschen blade aus Machen wir das mal anders Du musst mich verarschen Ist doch kein Jetpack Ja, noch mal auch nicht Wir haben ja auch noch gar nicht erzählt, dass die Knops wieder auch nicht spawnen, ne? Ach ja, ist uninteressant Muss ja keiner wissen Ne 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 Interessiert keinen Du musst du nicht zu deinen Zuschauern echt Äh, ja Sicherlich Hallo Brauch ich aber auch nicht jetzt den Scheiß drauf Weißt doch nur, dass wir einen Mod draus genommen haben, fertig Ja Achso, jetzt kriege ich den Pod raus Und jetzt kommen wir hier vorne noch einen machen Drei, drei, vier So, passt Natürlich mal wieder keinen Platz mehr Jetzt brauche ich Laber Ich brauche dafür Ich habe noch nicht mal geguckt, wie viel Kabelst du nicht jetzt eigentlich hab 200 Millie Oh, das wird teuer Das wird teuer Das wird teuer, meine Freunde 239.000 Kabelstone Mhm Sweet Ass Was Sache Tragen wir wieder so rum, dass du leiser wärst Das ist gut Nein, das werde ich nicht Doch Pech Pech Pech, pech, pech Pech Pech, pech Pech, pech Pass Na, wo soll der meinem Peck auch noch ein Gesspissen Zwei Dann bräuch ich noch viel da Für Sind Zwei plus vier Sind sechs Ne Eben Man Ne, ne, ach Kevin Hahaha Nein Hust du behindert ey Kevin? Nein. Ich wollte gerade sagen, Timpel Kick Kevin, aber das, weil das immer so ein langer Text ist. Warum heißt denn eigentlich der Kevin? Ähm, Buildersworn kannst du erstmal haben. Erstmal. Ähm, die Frage ist, werde ich den gleich noch brauchen? Behalt den erstmal, ich mach eh gerade was an. Okay, dann kriegst du den gar nicht mehr. Fick dich. Hab doch gesagt. Ähm, Chance verwehrt, würde ich sagen. Ja, du mich auch. 3, 4. Oh. 3, 4. Ach du Scheiße, das kann dauern. 1, 2, 3, 4. Meinst du? Ja, die Kack, einmal da immer in die Bottiche zu schütten. Oh, hier ein. Da ein, da ein, da ein. Ich würde mal Facke hinsetzen. Dann sehen die auch. Oh, oh. Hast du nicht Beidner schon hoch? Doch, habe ich aber. Weißt du, wie YouTube das runterrendert wieder? Oh, dann gibt es halt was auf der Fresse. Ganz einfach. Da der Shader auch nebenbei an ist. Ja, BattleBoss wurde gelöscht aus unempfindlichen Gründen. Was? Ein Kanal wurde gelöscht, weil angeblich Gewinnspiele drauf waren. BattleBoss? Ja, von Florian, weiß nicht, Behand oder so. Wurde gelöscht. Angeblich Gewinnspielung. Community Verletzung. Und es war gar nichts. Okay. Hm? So ist YouTube. Ja. Das ist. Wenn man nicht aufpasst. Wenn man nur ein klein bisschen was falsch macht, dann ist man gleich weg. Vor allem, jetzt brauchen wir nur irgendwelche, angeblich was machen. Und schon, die gucken wir noch nicht mal richtig nach, ob das stimmt. Die löschen einfach. Ja. So. Gucken, wie schnell die hier fertig werden. Bei anderen YouTubern ist es schon länger her. Einfach mal gesagt, das ist mein Name, gehört ihn nicht. Und zack, war er weg. Ja, das ist das Problem. Burn it's down. Achso, ich kann wieder nachlegen. Und ich muss mich beeilen, sonst verbrennen die Scheißsteine. Das ist so gefährlich an diesem Mord, wenn du nicht alles rechtzeitig rausnimmst, ist es sofort kaputt. Ja, kommt auch an. Kommt auch an. Das ist Matsch weg. Das ist Matsch weg. Oh, da hinten ist wieder. Drodrod. Das mache ich nicht. Klar. Ich weiß auch nicht. War der Hund. War der Hund. War der Hund. Weißt du nicht, welcher Hund, aber es war der Hund. Ich spiel gerade mal den Schädter rum. Oh, Wasserflasche. Nächste leer. Oh, kann man den Meeresstein reinlegen? Ist das ernsthaft? Oh, geil. Komm, nehme ich den hier. Oh, es ist dunkel. Ich nehme mal den Schädter, den Skate, den man nennt. Hast du nicht eigentlich mal gestern gesagt, du wolltest auch mal endlich mit Ken aufnehmen vielleicht? Ja, aber doch nicht heute. Aber du hast dir endlich mal eine besorgt, ne? Hab ich schon länger. Okay. Beim Sexy Peel brauche ich immer eine. Ah ja. Denk mir immer so am Sexy in der Nowit. Und das gibst du für deine Freundin da vorne. Auf jeden Fall.